Musik Yo, da sind wir wieder Neuer Server Mal gucken, ob diesmal auf dem Dach hier was ist Ungefähr genau so viele Ah Okay, Makarov Wen interessiert es Gut, hier oben gibt es Getränke, das ist schön Das heißt Ich halte hier durch Aber nicht das, was ich will Was ist gerade Okay, hier werde ich Bestimmt auf PvP gehen Gut, ich muss mal wieder angewöhnen mehr zu reden Also Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe Ich bin heute Aufnahmetechnisch ein bisschen durcheinander Ich starte jetzt mein Spiel immer über Das CX Launcher, also über den Dace Commander Sehr hilfreich finde ich Also Freunde technisch kann man da auch Dazu adden Ich habe da kurz, der wäre irgendwo ein anderer Spieler Sorry Und ja Finde ich wirklich praktisch das Ding Also mir gefällt es Werde es auch in Zukunft weiter benutzen Und über den Dace Commander kann ich wenigstens auch meine Zombies ausstellen Auch wenn ich denn einen Extremen Bug habe Den ich euch vielleicht noch so als Special Mit den Randhänger, aber nur vielleicht Alter, ich habe doch gerade Kommt doch bitte hier lang Oder ich mache euch Revolver So, Gott, ich mache die Revolver Ja, stimmt Ich glaube, ich mache es für PvP den Revolver, weil Der ist wenigstens schon laut Boah, was? Das war eine Double Barrel Das habe ich doch erkannt Weil ich die letztens auch mal wieder benutzt habe Und danach sofort weggeschmissen habe Na gut, Double Barrel Double Barrel Shotgun ist das gleiche wie Respawn Drücken eigentlich Der ist wahrscheinlich in der Kirche Oder sind die zu zweit? Aber kämpfen die auch gerade gegeneinander Katze, ruhig Mann What's happened? Und Ich will zugucken Pussis Wahrscheinlich laufen die wie jede Kurz so rüber Zur Fire Station Oder Sub da lang Und Ja Deswegen wäre es auch jetzt Unratsel, mich von hier oben runter zu bewegen Deswegen Ich hier Ah Friendly Fire Mann Hier gibt es ja auch nur Auf manchen Servern gibt es ja Aber nur jetzt nur ganz selten Da gibt es ja auch noch Seedish Channel Ach, zum Glück fühle ich mich gar nicht verarscht von dem Was ich hier jetzt Kein finde Ich gehe ja schon extra Auf vollen Servern In wegen PvP Oh Ach, zu weit geguckt Gut, um scheint die mal zu sein Ah, ich finde, das sollte man noch einbauen, ob da steht, da zum Beispiel, das steht Slayen bei Zombies oder so. Nicht nur immer Was Killed oder ab und zu mal Friendly Fire, sondern ich finde, es sollte noch darstellen, ob sie von Zombies getötet wurden. Das finde ich, das wäre eigentlich noch ein ganz, ein ganz cooles Feature. Mann, ey, was ist denn gerade los? Mir ist scheiße warm. Naja, ich habe eine MP5, also der kann mir gar nichts. Wenn ich eine MP5 habe, sind andere Waffe gegen mich nutzlos, dann bin ich immun. So wie die ganzen Spieler mit einer M107, so... Ist der tot? Ist ein Zombie überhaupt? Habe ich sehen können. Hoffe ich mal, dass ich damit auch richtig lege. Runter, 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 runter. Gut, für die bagge ich jetzt eh auf der Latte rum. Da könnten sie mich eh nicht abschießen. Oder schwer. Glocke! Verpass mir doch noch einen Herzinfarkt! Hä? Unten ist eigentlich... Ja, komm, brudig. Unten ist er... Weniger... Oh Gott, der mit seiner Macke, darauf wird er eh kaum gegen die Zombies anstinken können. Sobald ich aber... Ich bleib jetzt eh nur noch hier drin. Er ist... Nett. Aber nein. Genau, das meinte ich. Warte. Gibt's hier irgendwo was? Ey, komm, hör auf. Hört auf, bitte mal, ihr Grafikbugs. Vielleicht lag hier sogar ein Alice-Pack und jemand hat sein Trash-Pack hier gedroppt. Warte kurz mal. Ich dropp kurz mal meinen gesamten Rucksackinhalt. Weil in letzter Zeit backt ziemlich viel aus den Rucksäcken. Ich bringe die Rucksäcke ziemlich schnell weg. Mann, ich weiß eben über die Pfeiltasten. Äh, Pfeiltasten. Hier. Über diese Pfeiltasten halt. Weil in letzter Zeit hatte ich eben das Problem, dass jedes Mal, wenn ich die Rucksäcke wechselt habe, mein anderer Instant weg war. Ja. Genau das meinte ich. Okay. Ja, super. Jetzt habe ich diesen Maus-Bug, den ihr gerade so wunderschön seht. Bäh. Also. Ja, die Maus, sie dürfte für euch etwas anders aussehen. Ja, das ist eben... Ja, stimmt. Äh, das ist... Ich habe mein Windows gepatcht, dass es ein komplett anderes Design hat. Okay. Alter, ich gehe gleich zu denen hin und da schieße ich den echt. Also. Hätte ich eine DN viert. Weil man hat ja gesehen, wie viele Schüsse ich den... Ja, komm! Trigger deine Maus doch noch mehr. Hätte ich das bald auch auf Muni. Wo laufe ich hin? Ich will da jetzt nicht wirklich so... Also ich habe es ja nicht nötig, eine PvP angelegenheit. Weil ich habe jetzt einen Rucksack, aber ich würde... Würde ja wirklich gerne so lange hier drin bleiben, bis ich... Bis ich einen LS-Pack habe. Alter, immer diesen... Dieser Unterschied, dieser krasse Unterschied zwischen den Laufgeräuschen. Manchmal denke ich echt, das sind Schüsse und dann kriege ich Panik. Und wenn ich Panik bekomme... Stock ich mitten in meiner Rede. Vor Panik. Krass, wenig Zombies in der Innenstadt. Hä? Habt ihr doch... Habt ihr nicht auch da... Panik. Oder kann es sein... Oder kann es sein, dass... Äh, mit den... Ja, komm! Oder kann es sein, dass es mit den Rucksäcken bloß so ist, dass ich sie einfach nur nicht sehe, aber sie trotzdem da sind. Also jetzt die, die ich dann eben droppe... Was hier? Naja, die entfällt mir, kann ich nicht mit. Maus. Meins. Oh Gott, ist die putzig. Alter, was... Lass mich auf die Scheiße gehen. Lass mich auf die Scheiße gehen! Maus, du siehst schon wieder komisch aus. Perfekt. Jetzt kann ich auch die erstmal zur Hand nehmen. Was ja auch cool ist, für den Revolver hatte ich bloß sechs Schuss und jetzt für die M1911 habe ich jetzt sieben Schuss für die. Wo ist da der Sinn? Und Maus... Ach, oh, entweder gut, dann bringt es mir nichts. Mal gucken, ist unter mir jemand? Oh ja, natürlich jetzt, wo ich es will. Wo kommen die her? Naja, weiter geht's. Da drüben war ich ja noch nicht. Dieser fucking Unterschied, ich lasse mal. Ja, wirklich, ich frage mich echt, warum Daisy jetzt so verkommen ist, dass sich absolut jeder nur noch abballert. Nehmt sich, also nehmt euch kein Beispiel an mir, wie an dieser kleinen da. Aber na gut, er war auch bewaffnet, hat, wie es aussieht, zuvor jemanden abgeschossen. Wirklich, ich schieße niemanden ab, das solltet ihr auch nicht machen. Falls ihr irgendeinen seht, der unbewaffnet ist. Oder wo ihr seht, er tut euch keinen Schaden, ähm, dann nicht, weil normalerweise spiele ich nicht auf PvP. Normaler, wahrscheinlich ne Map. Oh, wer hat's gedacht? Ähm. Okay. Äh, normalerweise, äh, gehe ich auch allen Playern aus dem Weg. Außer, das lässt sich nicht vermeiden. Ja. Das ist es halt so. Ich gehe wirklich eigentlich jeden Player aus dem Weg. Außer er ballert um sich und es lässt sich nicht vermeiden, denn... ...wird er eben überm Haufen geschossen. Wenn er sich nicht benehmen kann. Gut, ich hab... Ich hab Morphium, ich hab Painkiller, ich hab Bandagen. Ich bin eigentlich ausgerüstet. Mir fehlt jetzt nur noch, wie gesagt, dieses Alice... Also, dieses Alice-Pack eben. Ja, mir fehlt noch ein Alice-Pack und danach... ...be ich eigentlich aus der Stadt hier auch weg. Deswegen loote ich auch gerade die Bars, weil... ...da oft eigentlich entspawnt. Ey, komm schon, letztes Mal, wo ich in Ciano war, durchgelaufen. AK gefunden, Alice-Pack und alles und sofort wieder raus. Das klingt doch extremst schnell. Und jetzt... Erst nach langer Suche ein Zwiesch. Ein Zwiesch-Pack. Na toll, jetzt darf ich aber auch nochmal alles davor untersuchen. Aber ich weiß nicht, ob ich... Naja, wenn ich das mache, sind wir umso schneller hier raus. Na, dann sind wir umso schneller hier raus. Äh, weil, wie gesagt, mit Alice-Pack verziehe ich mich eigentlich meistens immer. Vielleicht gehen wir nach Staris-to-War, auch wenn mir wahrscheinlich da ordentlich die Pumpe gehen wird. Die Spannung da ist immer, meiner Meinung nach, unerträglich. Weil hier weiß man nie, wo und wann und... Ah, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, okay. Okay. Das, darauf hatte ich auch noch gesucht. Ja, dankeschön. Okay. Okay. Vielen Dank.